Guten Tag und herzlich Willkommen. In diesem Video geht es um Aceton. Der Film ist vorgesehen für das Gymnasium, die Kursphase und den dortigen Leistungskurs. Das Video besteht aus sieben Abschnitten. 1. Welche Verbindungsklasse? 2. Das Acetonmolekül? 3. Eigenschaften? 4. Reaktivität? 5. Reaktionen? 6. Herstellung? 7. Verwendung? 1. Zu welcher Verbindungsklasse gehört das Aceton? Das Acetonmolekül besteht aus zwei Methylgruppen, die einen Kohlenstoffatom einschließen. Das Kohlenstoffatom ist mit einem Sauerstoffatom verbunden. Zwischen beiden Atomen besteht eine Doppelbindung. Die funktionelle Gruppe C Doppelbindung O kennzeichnet, dass es sich um ein Ohn handelt. Wir haben es mit einer Karbonylgruppe zu tun. Man spricht auch von Ketogruppe. Die Karbonylgruppe befindet sich in zwei Stellungen. Es handelt sich hier um das einfachste Ket-Ohn. Somit gehört Aceton zur Verbindungsklasse der Ketone. Wichtig ist, dass die Karbonylgruppe niemals in Einsstellung sitzt. Denn dann hätte man es mit Aldehyden zu tun. Also Aceton gehört zu den Ketonen. Zweitens, das Acetonmolekül. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com So So Vielen Dank.